Wir vernetzen uns zusehends. Wir sind mittlerweile in der Lage, unsere Heizung von Arbeit aus anzumachen, unsere Klimaanlage anzustellen oder aber auch unsere Waschmaschine für den Heimweg schon vorzubereiten. Außerdem sind Werksmaschinen in der Lage, Verschleißmaterialien automatisch zu bestellen und zu sagen, wann diese ausgetauscht werden müssen. Mit der Vernetzung, die wir dort sehen, gehen sehr, sehr viel Komfort und sehr, sehr viele Produktionssteigerungen einher. Aber es gibt auch neue Herausforderungen, die dadurch entstehen. Beispielsweise sind diese neuen Geräte nicht auf die Anforderungen der IT-Sicherheit eingestellt, sodass wir heutzutage neue Lösungen brauchen, um IT-Sicherheit der neuen Geräte, die im Internet verbunden sind, zu gewährleisten. Hierfür ist Splone und die Splonebox zuständig. Wir bieten mit unserer Splonebox die Möglichkeit, diese Netzwerke automatisch zu analysieren und kontinuierlich eine Überwachung zu schaffen. So sind unsere Kunden in der Lage, Schwachstellen zu erkennen und zu beheben und sich wieder komplett dem Thema der Digitalisierung zu widmen, ohne Sorge zu haben, dass sie angreifbar sind.